... sich Armut mit Sicherheit nicht reduzieren, weil schlechtes Wasser heute die Ursache vieler Krankheiten ist. Es tötet mehr Menschen als Aids, mehr als Kriege. Wir sind verpflichtet, den Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, um die Hälfte zu reduzieren. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Zum Wohle der Gemeinschaft müssen wir dafür das Know-how der Privatwirtschaft zur Verfügung stellen. Wir sind von Suez. Oh, das sind die Stadt von Suez. Als diese privaten Unternehmen in Entwicklungsländer kamen, wurden sie zunächst willkommen geheißen, weil sie Wasser und Investitionen bringen würden. Die Menschen wussten nicht, dass sie keine neuen Investitionen bringen würden. Die öffentliche Hand, die Weltbank zahlt diese. Dann erhöhten sie die Preise, lieferten aber kein sauberes Wasser, schnitten ärmere Menschen von der Versorgung ab und entließen öffentlich Bedienstete. Die Bilanz war eine Katastrophe. Sie bringen Wasser in die ärmeren Gegenden, aber man braucht eine kleine Karte, um an das Wasser zu kommen. Dieses Land wird vielleicht führend in der neuen Technologie der Wasserversorgung gegen Vorkasse. Das hier ist das Buch, das den Leuten die Bedienung der Zappstationen zeigt. Das Buch ist aber in Englisch geschrieben und die Hälfte unserer Gemeinde versteht kein Englisch. Die Menschen müssen im Voraus für die Versorgung mit Wasser bezahlen. Für diesen Schlüssel muss man bezahlen. Wenn ich Wasser haben möchte, stelle ich meinen Eimer hier hin. So bekomme ich Wasser. Man muss die Denkweise, die Lebensweise der Menschen verändern, damit sie verstehen, dass es notwendig ist, zu bezahlen. Wir sollten sie nicht dazu zwingen, sie sollten freiwillig zahlen wollen. Was soll eine arme Frau tun, der gesagt wird, um Wasser zu bekommen, musst du eine Karte reinstecken, die dir dein weniges Geld wegnimmt. Natürlich wird sie zum Fluss gehen, das dreckige Wasser nehmen und an Cholera sterben. Und dann heißt es, die Menschen verstehen nichts von Hygiene. Die Menschen hier wissen, wir haben nur die Frage. Sie wissen, dass sie nicht. Sie wissen, dass sie ein Karte bekommen haben. Sie haben keine Wahl. Diese Menschen sind leer. Sie haben keine Wahl. Sie haben keine Wahl. Sie sind nicht beendetert über die implikationen des gesamten Prozess. Sie wissen, dass sie nicht. Sie wissen, dass sie eine Wahl haben. Es ist nicht so, dass sie nicht so. Es ist nicht so, dass sie nicht so. Sie sind so, dass sie immer zu bezahlen haben. Es ist weil sie immer zu bezahlen. Sie müssen bezahlen, was sie mit der Kanse zu bekommen. Oh Gott. Die Schlagwörter nach der südafrikanischen Wende lauteten kostenloses Wasser, kostenloser Strom, Häuser für alle. Tatsächlich aber wurden viele Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Ihr Wasser wurde abgestellt und sie wurden aus ihren Häusern hinausgeworfen. Daraufhin sagten die Menschen, wir werden uns illegal wieder Zugang verschaffen, aber wir werden es nicht heimlich tun. Ganze Townships schließen ihre Haushalte so wieder an das Wassernetz an. Hier gibt es auch Klempnerinnen. Wir haben den Job von den Männern gelernt, denn wenn die Männer nicht da sind, müssen wir das Wasser und den Strom wieder anschließen. Das Wasser wurde abgedreht. Wir müssen sehen, wie wir zurechtkommen und versuchen, Wasser aus Containern zu bekommen. Wir sprechen in der Schule über Wasser. Wasser ist wertvoll, sehr wertvoll. Es ist so wichtig. Wir brauchen wirklich ständig Wasser. Wir wissen nicht, was wird. Wir haben kein Problem damit, wenn gefordert wird, das Wasser den Menschen. Auch nicht mit, Wasser darf keine Handelsware sein. Wir sind nur der Dienstleister, der das System in Ordnung hält, weil wir langjährige Erfahrung besitzen. Wir verkaufen unser Wissen. Wir haben das Know-how. Wir haben die Technik. Wir wissen, wie man sehr große Netze betreibt und Wasser in die Haushalte bringt. Heute sterben jeden Tag 30.000 Menschen an Krankheiten infolge verschmutzten Wassers. Das Ziel muss sein, jeden mit sauberem Wasser zu beliefern. Diese Unternehmen sind 150 Jahre alt und gegründet wurden sie von Bankiers. Das darf man nicht vergessen. Diese multinationalen Konzerne sind keine philanthropischen Organisationen. Deswegen ist ihre progressive Sprache auch ein echter Skandal. Sie sagen, wir sind diejenigen, die im Hinblick auf das Wasser der Armut ein Ende bereiten werden. Aber die Vivendi-Aktionäre werden nicht 10 oder 15 Jahre warten, bis Menschen mit Wasser versorgt werden, die dafür gar nicht zahlen können. Das interessiert sie doch überhaupt nicht. Man kann einer bedürftigen Bevölkerung nicht sauberes Wasser oder medizinische Versorgung oder Bildung zur Verfügung stellen, wenn gleichzeitig Profit für die Investoren dabei herausspringen soll. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Die Menschen haben die Auffassung, dass Wasser kostenlos bereitgestellt wird. Vom Himmel, von Gott. Warum also soll man für Wasser bezahlen? Wasser aber, das über ein Versorgungsnetz geliefert wird, über Rohre und Leitungen, erfordert eine Menge Geld, um in dieser Form zur Verfügung gestellt zu werden. Wir haben sehr wohl Verständnis dafür, dass diese Stadt verwaltet werden muss und dass dafür Geld notwendig ist. Aber soll man dieses Geld von Menschen eintreiben, die kein Geld haben? Menschen, die nicht bezahlen können. Die UN-Resolutionen Mit einer der UN-Resolutionen, den Millennium-Entwicklungszielen, soll die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, bis 2015 auf die Hälfte reduziert werden. Wenn die Trinkwasserversorgung jedoch weiter auf konventionelle Weise über ein zentralisiertes System erfolgt, wo das Wasser gereinigt und dann an die diversen Orte geleitet wird, dann werden die Kosten unbezahlbar, weil die meisten Bewohner auf dem Land in kleinen, weit verstreuten Siedlungen leben. Man muss sich also etwas völlig Neues überlegen. Fast jeder in Indien hat eigene Erfahrungen mit biologisch verunreinigtem Wasser gemacht. Ich zum Beispiel habe, als ich klein war, fünf Cousins verloren, die an einer Durchfallerkrankung litten. Ich war noch ein Kind. Erst als ich erwachsen wurde und eigene Kinder hatte, konnte ich ansatzweise verstehen, was für eine Katastrophe es für meine Tanten und Onkel gewesen sein muss. Dass ultraviolettes Licht Krankheitserreger oder Bakterien im Wasser abtöten kann, ist seit den 1920er Jahren bekannt. Ich hatte die Idee, Wasser mit UV-Licht auf kostengünstige Art zu desinfizieren, weil das bis dahin keiner tat. Es hätte getan werden sollen und es hätte getan werden können, und zwar von vielen Menschen viel früher, aber niemand hat es gemacht. Im Bundesstaat Andhra Pradesh starben vergangenes Jahr 70.000 Menschen an verschmutztem Trinkwasser. Auch wenn es von offizieller Seite heisst, dass Wasser in nie weiter als zwei Kilometer Fußmarsch verfügbar sei. Zehntausende Menschen in jedem der indischen Bundesstaaten sterben wegen verunreinigtem Trinkwasser. Bevor wir die UV-Filterung des Wassers hatten, haben wir Wasser aus den Brunnen und Flüssen getrunken. Häufig haben wir dann Krankheiten wie Cholera bekommen. Um den täglichen Betrieb der Anlage kann sich die Gemeinde vor Ort kümmern. Der Preis, zu dem die Menschen das Wasser quasi von sich selbst kaufen, stellt genügend Einnahmen bereit, um jemanden aus der Gemeinde zu bezahlen, der sich um die Instandhaltung der Anlage kümmert. Das Ganze ist also ein finanziell praktikables Modell, wie eine Gemeinde autark die Trinkwasserversorgung für Menschen gewährleisten kann, die in ihrem gesamten Leben noch kein sauberes Trinkwasser hatten. Wenn ich meine Runde mache und die Post bringe, sagen mir alle, wie viel besser es ihrer Gesundheit mit diesem Wasser geht. Wenn das Wasser für uns gut ist, wo wir so groß sind, um wie viel besser ist es dann erst für diese kleinen Hühner? Das alte Wasser hat sie immer krank gemacht und wir brauchten Medikamente. Für jedes Küken kann man es nicht mehr so gut machen. Für jedes Küken kann man es nicht mehr so gut machen.